Ich schieb die Julia jetzt hoch mit dem Hinterschubkarren. Oh Gott! Dass der Tierarzt mehrere Tage kommt und Phenicillin spritzt, ohne keine alternative Möglichkeit. Witzig! Guten Morgen Leute, wir haben jetzt zweiter... Das war die Reise drauf. Wie süß! Das war auch ein Nachbar und zwar Mr. Kakaufen. Mhhh lecker! Wir müssen morgen aufpassen, wenn wir zu den Ponys gehen, dass wir nicht in Mr. Kakaufen treten. Nein, doch! Okay. Oh mein Gott! Oha! Ja! Das ist alles gut. Hier marschelt es jetzt. Iiiiiiii! Kacke kommt! Waaaah! Iiiiiiii! Schau mal wie das aussieht! Jetzt gehts. Jetzt nur den Arsch links ausdrehen. Aus. Erstmal schön äppeln. Was macht die denn? Spielkind. Ach, Smarty. Ha! Gar nicht! Das war eine grüne Spinne, wie widerlich! Waaaah! Ich krieg die nicht auseinander. Ja komm. Das ist doch einfach. Mach einfach auseinander. Guck mal! Oh! Oh! Hey Leute! Hey Leute! Da! Der Steibesitzer. Und hier ist das traumhafte Badezimmer. Ach, hallo! Oh! Oh, da macht auch schon wieder irgendwie Dehnübungen. Was machst du heute alles für verrückte Sachen? Das war eine schwarze Käppi von Felix Bühler. Blau! Blau! Julia kommt da grad vom Klöchen. Hahaha! Ich hab gestern voll vergessen ein Ende zu drehen. Nein! Doch! Wir haben was mit der Pizza und so gesagt. Ja, aber ich hab nicht Tschüss gesagt. Was? Stopp! Julia! Ich hab so richtig... Okay, wer macht zuerst das Ende? Ich will Unterricht das Ende machen. Ohne Kappel. Hey Leute! Herzlich willkommen zu unserer... Fingerfarben-Challenge! Du bist dran! Du bist dran! Hahaha! Ciao!